Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Pokémon Alpha Saphir. Ja, im letzten Part sind wir hier die Routen abgegangen, oder besser gesagt, oben rum. Und das werden wir jetzt noch weiter tun, aber diesmal weiter unten. Ja, da bei dem waren wir schon. Dann, vielleicht schaffen wir ja in dem Part alles hier abzugrasen, was es hier noch gibt. Ja, toll. Na, Angler? Ob Sieg und Niedergast gefährst du erst, wenn du die Höhne raushangestellt hast. Oh mein Gott, da. Angler, Achmed, setzt Garados in den Kampf. Garados. Na dann. Bedroa ist klar. Ah, blödes Garados. Steinhagel. Das schweift da neben. Natürlich. Natürlich. Silberblick. Ah, Verneidigung. Schwindet. Aber erstmal, Steinhagel. Reicht das für dich? Natürlich. Tschüss, Garados. Erfahrungspunkt. Und? Na dann, nochmal ein Garados. Es ist aber schneller wie ich. Das ist nicht so schön. Ah. Egal. Steinhagel muss nur treffen. Silberblick. Okay. Na dann. Nächste Steinhagel. Ah. Und. Tschüss, Garados. Nummer zwei. Und hat das hier noch eins. Level up. Und. Garados natürlich. Oh, wer will. We shocks can. We shocks can shocksen. Komm. Das du. Karay, pass zurück. Los. Ja. Oh. Hallo, Garados. Immer diese Garados. Fanatiker. Ja. Steinkarte, Steinhagel. Ist egal. Windhose. Wow. Das macht mir so viel Schaden. Hä? Da. Nimm den. Ja, mach keinen One-Hit-Kill. Ist nicht gut. Nicht gut. Au. Es tut mir weh. Egal. Zack. Hier. Tschüss, Garados. Juhu. Und Ahmed wurde besiegt. Ah. Eine Niederlage. Perle. Hm. So. Das Item bricht oben nicht. Aber das ist ja halb so wichtig. Halb so wichtig. So. Hier ist noch ein Item. Ja. Oh nein, nein, nein. Noch nicht. Erst mal Item. Eine Riesen-Perle. Uh. Immer mit. Da oben waren wir schon auf der Insel. Da haben wir ja mal ein paar Trainer und so. Weißt du. Haben wir ja auf die Nase gehauen. So. Wohin nun? Ah. Ich treibe hier weg. Ah. Da ist eine Trainerin. Hallo. Ich versuche mich von der Stärkestellung fernzuhalten. Okay. Warum das? Schwimmerin Vicky. Setz Liebeskuss in den Kampf. Ich habe immer solche Déjà-Vus. Die haben immer solche Pokémon. Oh man. Erdbebel. Aquarelle. Nicht verwirren. Nicht verwirren. Ja. Erdbeben. Tschüss Léviskuss. Yay. Und nächste. Pelipper. Gib ihn her. Ja. Steinhagel. Zack. Hier. Check ich dir. Tschüss Pelipper. Tja. Und Vicky wurde besiegt. Oh nein. Ich kann jetzt nicht ausstehen. Was ist was passiert? No. No. Hier ein Item irgendwo? Nee. Gut. Dann geht es weiter. Surfe. 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 Hallo Vogeltrainer. Okay. Genug gerastet. Zeit für ein Kämpfchen. Dann los. Vögelfänger Arnie. Setz Schwalbos in den Kampf. Juhu. Schwalbos. Dann los. Caripas. Du das. Stein auf ihn werfen. Mit deinem Steinhagel. Hiroas. Au. Au. Ist leider nicht sehr effektiv mein Freund. Und Bollenhelm. Oh. Oh. Tschüss Schwalbos. Tschüss. So. Nächstes Pokémon. Altaria. Dann gib ihn her. Steinhagel. Drachentanz. Oh. So was. Bist du einer. Na dann. Hier. One Hit. K.O. Tja. Erfahrungspunkte. Und. Ah ne. Wurde besiegt. Schon wieder völlig erschöpft. Dann. Raste weiter aus. Äh. Oder so. Gut. Super. Dann haben wir ja wieder hier alle fertig. So wie das aussieht. So wie das aussieht. Ah. Ich werde hier einfach weggedrängt. Nein. So. Surfen. Jep. Fertig. Hey. Jetzt geht es schnell. Vieles ist ja nicht mehr die Hälfte. Oh. Nein. Nicht tauchen. Warum. Warum immer diese Taucher. Zack. Wieder zurückfliegen. Hi. Bam. Die. Zweimal oder so müssen wir noch. Und dann. Haben wir das ja. Dann brauchen wir demnächst auch ein Weylord. Weil wir müssen ja die Golems erwachen lassen. Dazu brauchen wir Weylord. Und ein Relikant. Weylord. Ja. Ja. Relikant haben wir ja. Aber ein Weylord noch nicht. Nur die Vorentwicklung. Routine. Yeah. So. Schwimme. 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 Ist da oben was noch? Ja. Da wäre ich gar nicht weitergekommen. Hallo. Mein Gangkreis ist hier um zur Stundabtagung. Pokon glaubst du du kannst mich besiegen? Ja. Ich kann dich besiegen. Schwarzgurt. Jetzt macho mal in den Kampf. Uh. Macho mal. Dann ab geht's. Ja. Es könnte ein bisschen wehtun für ihn. Ja. Es könnte. Aber egal. Oberroller. Autsch. Egal. Boynheim. Macht dir auch Schaden. Und ein Erdbeben. Zack. So machst du dich nix und eh selber kaputt. Überroller. No. Guck mal. Boynheim. Selber Schaden. Tja. Tschüss. Mach mal mal. Yeah. Und you wurde besiegt. Ich habe verloren. Das muss ganz klein in den Lager verbuchen. Blöd. Etwa. So. Da freu dich jetzt einfach mal ein Hipper-Trank. Zack. Und wieder voll. Ja. Hallo. Trainer. Hallo. Ist hier ein Trainer? Nein. Natürlich nicht. Dann einmal surfen. Bitte. Surfy. Surfy. Surfen. Oh. Und es ist eine VM. Nein. Komme ich natürlich nicht dran. Warum auch. Warum auch. Äh. Wo werde ich hingespielt? Ah. Hier hin. Auf zum Topbeleber. Sonst ist hier. Ist hier jemand? Nein. Dann. Weiter surfen. Weiter surfen. Oh. Nächster Vogeltrainer. Ist dir ganz alleine? Naja. Das ist noch ein Ast-Trainer. Na. Ich bin hier mein Vogel hergekommen. Oh. Ja. Dann. Vincent. Setz dein Panzer Erohr in den Kampf. Tudududu. Hallo. Panzer Erohr. Stachler. Aha. Ist einfach schneller wie ich. Eindeutig. Ah. Es reicht natürlich nicht. Reicht Surfer. Stahlflügel. Au. Es reicht nicht. Wallenhelm. Haha. Und hier. Tschüss Panzer Erohr. Und ein Level up. Yeah. Und Vincent wurde besiegt. Da. Du bist echt. Du hast echt drauf. Ja. Okay. Drei. Drei. So. Und der 49. Draxler. Willst du wieder? Du willst. Ich weiß es ganz genau. Hey. Ich möchte gewinnen. Wie jeder andere auch. Aber ich ziehe meine Pumpe nicht wie jeder andere auf. Ich habe meine eigene Methoden. Okay. Dann los. Markus. Stolrak. Oh yeah. Was mache ich da nun? Und eine mega. Und eine Kampfattacke. So. Durchbruch. Bam. Tschüss. Stolrak. Boah. Der Angriff ist schon hart. Sim. Oh. Uh. Simsala. Simsala ist nicht zu spaßen. Uh. Was mache ich gegen Simsala? Was mache ich gegen Simsala? Simsala einsetzen. Genau. Was machen wir? Los. Guck mal. Was ich auch habe. Juhu. Simsala. Aber weiter kann Spukball. Hier. Schenke ich dir. Tschüss Simsala. Scheiße war es. Voltenso. Ne Voltenso. Was will Voltenso? Na da für Schocks. Zack. Los. Ja. Ich bin so groß. Das ganze Bild verdeckt. Erdbeben. Zack. Der ist schnell wie Voltenso auch einmal. Unglaublich. Tschüss. Voltenso. Yeah. Tja Markus. Mist. Meine Betonen sind noch nicht effektiv genug. Mhm. Tja. Hey du. Durch Höhren mit großen Schritten frisch und frei ergibt sich dann auch noch ein Kampf bin ich dabei. Das sind alles solche Reimer. Haha. Backpacker Balliorn. Das ist Girafferik in den Kampf. Mano. Warum? Alles Psychos. Halte ich das aus? Mit einmal. Wenn der Psycho-Tacke macht. Ich hoffe es. So. Lade Rakete. Ich bin sogar schneller. Okay. Yeah. Gut. Weil du ihn wurde besiegt. Ich habe verloren. Ha. Opfer. Opfer. So. Bitte surfen. Surfer please. Surfer please. Alles geradeaus. Alles geradeaus. Ist ja was. Ist ja was. Was ist das? Ne. Anscheinend nicht. Dann weiter surfen. Nip. Ja. Hier kommt dann die Taucherstelle. Die wir später erst brauchen. Nein. Bringt mir ja nichts. Kann da leider nichts machen. Das war es wieder mit der Route, oder? Das ist noch ein Item. Da komme ich aber leider nicht hin. Und ein Trainer. Ah. Scheiße. Aber. Wir fliegen wieder kurz zurück. Gut 132. Mal gucken, wo ich da hinkomme. Zack. Uh. Und abwärts. Wo komme ich da hin? Ah. Okay. Hier hin. Okay. So. Ist auch ganz unten entlang. Ganz unten entlang. Da war ich nur nüt. Da ist noch eine VM. Ah. Ich komme da einfach nicht hin. Doch komme ich. Jawohl. Nein. Komme ich nicht. Scheiße. Voll die Verarsche. Ich will die VM noch. Ich will die VM noch. So. Okay. Dann bin ich wieder hier. Da bin ich wieder hier. Hier waren wir ja schon. Äh. Dann haben wir hier gut wie fast alle Trainer, hä? Ja, super. So gut wie fast alle Trainer. Super. Dann können wir in den nächsten Part dann die Wasserarena machen. Läuft doch. Läuft doch. Läuft doch. Läuft doch. Surfen wir mal hier hin. Ja. So. Tö 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 tö. Da komme ich wieder nicht hin. Ah. Diese Items. Da noch mal Items. Komme ich einfach nicht hin. Scheiße. So, dann fliegen wir nochmal kurz Zack Ich will die VM, ich krieg sie, ich krieg sie Mir egal Zwei, das End-Item ist mir halt nicht so wichtig Aber die VM, das ist ja interessant Was da liegt Wer weiß, wer weiß So Mal hier Irgendwo hier muss ich Ich hoffe, ich bin Richtig dann Na Ich trage vorbei Nein, nein Scheiße Verdammt, der Axt Verdammt, der Axt Direkt dran vorbei Direkt dran vorbei Okay, wenigstens das letzte Item noch Na, ich glaub's nicht Da muss ich von oben kommen Surfen Jetzt fangen wir hier an zu surfen Zack In der Wildenströmung Muss man lang Ah, noch Das ist nochmal eine VM Nein Kann ich aber so rumschwimmen Das ist mir egal Zack Steinhagel Nehmen wir natürlich mit Das Wasser Magst du surfen Einsetzen So Ah, verdammt Hätte ich jetzt oben auch gehen können Egal Nein, vor allem haben wir noch in Aussicht Wieder zurückfliegen Nein Nein Wuhu Es scharf, Herr Schott Es scharf, Herr Schott Zack Jawoll Nicht da Surfer Wir kriegen das hin Da, 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 da Der Toxa Niemals ist es wilder Der Toxa Hier Muss ich surfen Sicher extra Extra deswegen So ein Bobbel, hä Ja, klar Schlammwoge Wow Gut Dann nur noch der letzte Trainer Wenn ich da jetzt noch hinkomme Wenn nicht, dann nicht Dann wäre es mir Au, egal Hm Noch mehr Dann wäre es mir wurscht So Schwimmen 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 So Einmal her lang Surfer, bitte Ist gar nicht nervig Die ganzen tausend Inseln Die zeigen, dass wir schwimmen können Surfer Zack Surfen Surfen, please Surfen, please Surfen Zack Auf geht's Auf geht's Dann vorbei Und hier hin Genau So Hier haben wir alles Und ab Beste hier raus Ja Dann sind wir bei Trainerin Und noch das letzte Item Ja Nehmen wir mit Und du Na Schiffbrüche Ich Das bin ich Lache Ich Ich trainiere hier aber los Ha Ja Gut Astri Nein Frau Kassett Stolrak In den Kampf Na dann Auf geht's Draxler Mega Durchbruch Zack Bam Einmal Durchbruch Bam Und tschüss Stolrak So Nächstes Pokémon Please Tropius Na dann Tropius Was geht bei dir Ha Aber was ist gegen nichts Gut Oh Was Gifstock Ich begifstock Aus Abzieht Und so Okay War nicht viel Bin leider nicht unterstützt Das ist scheiße Na Rakete Ja Zieht ein bisschen mehr ab Auf jeden Fall Haha Tschüss Tropius Uh Und Frauke wurde besiegt Ich halte das nicht mehr aus Ich sterbe vor Hunger No Gut Dann haben wir hier alles gemeistert Fliegen Nämlich nach Xenobl Zack Und Da sind wir Ja Dann würde ich sagen Das war es mit dem Part Ich hoffe es hat euch gefallen Im nächsten Part Kommt die Wasser Arena In der Letzte Orden dran Und dahin Bis dahin Schaltet wieder ein Ciao Bis dahin